willkommen zurück bei minecraft hardcore bevor wir jetzt heute weiter arbeiten werden wir mal ganz schnell schlafen gehen gute nacht flop guten morgen so super ich bin sogar überlegen genau wir bauen das haus so weit insofern um dass wir das ganze holz hier wegnehmen so ja kaputt genau warum kann ich keine axt machen doch da danke und zwar werde ich das haus erweitern über meine farbe hinweg na sag mal warum kann ich nicht auf springen so das würde dann ungefähr so aussehen dass wir hier weiter nach oben bauen so ja und jetzt einfach mit diorite hier rüber bauen eventuell machen wir das später glas hin damit wir unsere farmen sicher überdacht haben und hier dann weiter bauen und dann brauchen wir da hinten das haus zu und dieses ganze hier kommt dann weg dann haben wir nämlich mehr platz können eventuell sogar noch ein lager einbauen so was ich heute aber machen wollte ist mal nach der mine schauen die wir in folge 15 entdeckt haben dazu bauen wir mal die ganzen genau super dann können wir nämlich hier weiter bauen der kardise wand hier auch weg und dann haben wir hier mehr platz ach eine stufe ist bis hier runter gefallen ok weg damit das zuckerrohr kommt auch erst mal weg das kommt weg die seeds kommen weg eine tür nehmen wir mit das eisen gehört hier nicht rein das eisen kommt weg 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 die hacke nehmen wir mit auf wir brauchen neues schwert so die pfeile nehmen wir mit vielleicht spendiert uns ja jemanden bogen warte mal einen bogen braucht drei bogen braucht drei ok leitern haben wir mit eine schaufel haben wir mit und die kommen weg so die kommen mit was hatte ich jetzt hiermit gesagt genau wir brauchen neue schwert dazu brauche ich holz so 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 da ist auch ein pfeil ok moment hier muss ich mal was gucken oh warte mal ne für bogen haben wir auch nicht genug material zeig mir doch mal bogen mein freund da ja drei genau haben wir nicht gut dann bleibt es bei einem schwert dann lass uns mal schauen wo waren die mine hallo schaf die mine war hier drüben ach da ist der eimer ok ok den brauchen war so wo waren das wir hatten noch direkt hier am rand die mine gefunden hier hatten wir die hühner gehabt das heißt die mine muss hier drüben sein ich glaube so groß wie eine mine für gewöhnlich ist könnte ich mich jetzt an jeder beliebigen stelle im bodengraben und würde es finden so wir suchen ein großes loch im boden hallo habt ihr ein loch im boden gesehen würde jetzt am liebsten folge 15 nehmen und nachgucken da ist es oder ach nee das ist unsere anderen hier waren wir ja schon hier waren wir ja schon von da kommen wir ich dachte die mine wäre hier gewesen kommen wir durch das ding auch rein mal gucken wie weit wir hier runter kommen ach jetzt beginnt ja wieder das dass ihr nichts seht hier kommt ja gar nicht runter ha anschiss ich will wissen wo die mine war blöne links da das be das ist Sag mal! Wieso treffe ich den nicht? So! Nix! Nix. Ich fühl die Mine nicht wieder. Ha! Na gut. Ich dachte, die wäre hier drüben gewesen. Das kommt davon, wenn man sich nicht alle Koordinaten aufschreibt. Mu. Genau. Es geht auch noch die Sonne unter. Das heißt, ich muss gleich wieder nach Hause. It's zombie time. Okay. Denken wir uns was neu... Aua! Denken wir uns was neu aus, was wir machen. Wir können hier nochmal nach der Unterwasserstruktur gucken. Das wäre auch eine Idee. Wenn die Mine nicht will, Suchen wir uns hier was anderes. Oh, wie komme ich denn jetzt hier rein, wenn ich keine Tür gebaut habe? So. Da ist jetzt der neue Eingang. Hä? Ach hier. Bauen wir? Ich weiß nicht, was ich jetzt doch mache. So als letzte Amtshandlung. So. Zack. 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 Hä? Wird das nicht mit Dai gemacht, sondern immer noch mit Bomi? Nein. Och. Warum geht das nicht? Ging doch sonst immer. Ach, da brauche ich jetzt die Lumen für, wa? Na super. Na super. Da ist er. Was brauche ich? Zwei Holz und zwei String. Die habe ich. Die zwei String habe ich. Die beiden Holz habe ich. Die beiden Holz habe ich. So. Dich baue ich da hin. Ich will dich haben. Oh, wie funktioniert das Ding jetzt? Ah. Ah. Danke. So. Scotland forever. Jawoll. So muss es sein. Ha. So muss es sein. So muss es sein. So muss es sein. Und morgen packen wir mal die Sachen und gucken uns doch mal die Unterwasserstruktur an. Vielleicht klappt es ja doch. Und der Typ mit dem Dreizack ist weg. So. Das Zeug hier brauchen wir nicht mehr. Und der Rest kann in die Kiste. Oh. Spinne. Gib mir mal drei Kurven. Warte mal. 16. Quatsch. Die kommt da rein. Genau. So. Würde ich sagen war es das für heute. Und morgen gucken wir mal nach dieser Unterwasserstruktur. Hallo Spinne. Vielleicht haben wir ja Glück. Und bis dahin sage ich macht's gut. Bis zum nächsten Mal. See you later. See you later. See you later. So.